Am 18. Oktober will ich Bastian Giro in Ständerat, weil er Sachen vertritt, die mir wichtig sind. Kulturlandschutz, damit wir auch in 20 Jahren regionale, gesunde Lebensmittel konsumieren können. Eine grüne Raumplanung, damit die Zersiedlung endlich aufhört und die Siedlungsentwicklung nach innen gelenkt wird. Ein Ausbau von Umwelt- und Klimaschutz. Das schafft Arbeitsplätze in zukunftsweisenden Technologien der sauberen Branchen. Nicht zuletzt kenne ich Bastian als engagierten und motivierten Wissenschaftler und Politiker. Alles Gründe, um ihn am 18. Oktober in Ständerat zu wählen.